Hinterm... What the fuck? Nein! Okay, ich versteck mich einfach an der Ecke. Das sollten wir mich ja erstmal nicht sehen. Gut, so wie es aussieht, haben wir noch... ...der Jäger, ja. Den Jäger, ja. Achso, okay. Ähm... Allerdings habe ich jetzt ein Problem. Ich müsste irgendwie hier weg, ohne gesehen zu werden. Puh. Wer auch immer mich da gesehen hat. Wo, 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 wo. Ah! Ja, okay. Hm. Der Wagen fährt auf der Straße. Das hätte ich vielleicht beachten sollen, dass der da nicht parkt. Ähm... So, wenn wir jetzt mal wegfahren würden... Natürlich könnte ich die jetzt auch irgendwie... An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Waffe! Ich muss jetzt extrem geduldig sein. Okay, komm, 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 komm! Steig ein! Ich sollte am besten mal erst einen Kermottenladen aufsuchen. Aber ein Kleidungsgeschäft, Wegleidungsgeschäft, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist genial! Wo, 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 wo! Okay. Gut, oder ich guck einfach... Ist ja gar nicht... Meine Wälder wäre es Joes Wohne. Flü! Hm... Naja, was soll's noch so... Ist ja egal. Dann, ähm... Muss ich nur hinter dem blöden Kopf bleiben. Vielleicht doch dann auch mal langsam... Da einen Verkehr begeben könnten. Idiot! Nein! Wenn er mich gleich links überholt... Dann, äh... Ah, entschuldige mich. Ah, von hinten kommt Kops. Kacke! Kacke! Fah, fah, fah! Scheiße, ist das Ding schnell! Ja, aber auch nicht zu schnell. Aha! Was ist das für eine Scheiß-Situation? Besuch zwischen zwei Kops. Hm, 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 hm... Dann aus dem Sichtfeld bleiben. Und dann nicht hinten drauf fahren. Hey! So, ein bisschen Gewehr-Munition. Kann nie schaden. Jetzt kommt der auch noch hier rein. Nein, dafür nicht. Dafür... Ja, gut, Brot, aber... Naja, nicht unbedingt. Gut, jetzt die Frage. Geld ist hier stets weg. Kopschen weg. Das bedeutet... ...eine quietschenden Reifen... ...zulange... 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 ...schon wieder Kops. Fuck. Mein Gott. Noch mehr Kops. Das wird ja immer besser. Rein theoretisch bräuchte ich ja noch, bevor ich da ankomme... ...was zum Essen... ...mh... 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 ...zulange... ...mh... 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 Ach, diese Ecken sind immer so ne... ...können nicht ein bisschen rum da sein, das wäre... ...angenehm. ...mh... 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 ...pom... ...mh... ...mh... Sooo... ...ook... ...分n... ...ament... ...dre Quem... Sian, James und Bill, die wollen sich am Schrottplatz mit dir treffen. Du weißt, dass es eine Falle ist. Was die Brodies allerdings nicht wissen, ist, dass du der Fallensteller bist. Okay, der Satz ergibt nicht unbedingt Sinn. Am Schrottplatz, beim Brewski, der Nette. Okay, alle aus dem Weg, sonst sterbt ihr. Entschuldigung, tut mir leid. Och, okay. Schick's mir mal hinterher, du einsamer kleiner Polizist. Nee, wurscht. Brewski. Wichtig mal interessant, was der Wagen hier so als Dings bringen würde. Oh Gott, das ist natürlich auch cool. Frei ist jetzt. Okay, der Erste. Taucht gleich da auf. Oh, 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 oh. Der hat auch noch Unterschützung dabei. Das ist natürlich auch cool. Ähm. Das ist ruhig. Okay. Das ist eine linke Autoseite. Sehr schön. Geht ihr jetzt mal da raus oder so? Muss ich euch erst da rauslocken? So. Verdammt. Nicht schlecht. Hä, kam der da hier? Hm. Wir müssen jetzt keinen Stahl nicht sehen. Okay. Der andere, der eine ist da hinten. Da ist der. Nächste. Hm. Aha, am Ende ist mein Magazin direkt auf. Das ist die linke Seite. So. Sehr schön. Gibt mir das schon mal ein. Gewehr. Ich muss ja nicht nehmen. Gut, äh, ich hab ein bisschen wenig Leben. Hm. Hm. Was kann ich noch machen? Ein. Dann ist er jetzt eben blau. Wen interessiert das denn schon, ob der blau ist oder nicht? So. Dann fahre ich halt mit einem blauen Wagen, der grafisch irgendwie Fehler hat. Gut. Der Wagen ist ansichtlich nur wanted. Das ist das Praktische da dran. Ja, allerdings, äh. Boah, sieht ja dem nachher ein bisschen krönig aus. Hm. Okay. 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 Soll ich die Kombi hochhalte. Komm schon. Ja. Sehr schön. Wenn ich die Kombi hochhalte, dann gibt es auch Punkte. Das war's mit der Kombi. Das erste. Ah, okay.